Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Blunt's Power Defense 6. Heute gehen wir wieder ganz normal rein, ohne hier irgendwie was zu machen. Warte mal, wenn ich das auf 25% runterstelle, kann ich das hier ja vollkommen aufdrehen. Und das ist immer in einem vernünftigen Maß. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und wieso mache ich das nicht bei allen Spielen so? Sag mal, das ist ein langer Mann im Kopf, hm? So, wir wollen mal gucken. Wir wollen mal gucken, dass wir... Und jetzt bitte einmal mit... Ausgezeichnete Sache. Ausgezeichnete Sache. Gut, wir werden dann ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln mit dem Kollegen. Okay, alles klar. Ich dachte gerade schon... Oh mein Gott. Da war kurz ein Herzinfarkt. So. Ich weiß gar nicht, darf Benjamin jetzt setzen? Ich glaube nicht, ne? Was ist eine Kiste miese? Aber wir kriegen das trotzdem hin. Wir müssen nur bis Level 60. Ja, das sollte ich auch machen. Klar. Klar. Das kann abtauchen. Ich finde, die dauerhaft haben wir uns in der Zeit, aber die beiden dann gegangen kann. Aha. Aha. Hm. 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 Wir gehen erst auf Zwillingskanone. So. Ich hoffe, mein Plan geht auf, so wie ich mir den vorgestellt habe. Also, mein Plan ist ja erstmal, viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich habe gerade gedacht, kann ich die wegmachen, aber nein, kann ich nicht. Hm. Hm. Ja. Du kommst aber trotzdem erstmal hier genau. Ja, wir wollen hier So, danach kann ich den Reaktor Blumen Den Blumenreaktor machen Oh Okay Passiert, macht nichts Ich wusste das nicht, aber dann kann der Dauerhaft haben Blumen, okay, dann habe ich Okay Das, das, das wusste ich nicht Wie gesagt, es sind Pläne im Kopf, die werden jetzt langsam umgesetzt So, das ist schon mal das, ist safe, sehr gut Wie sieht es aus? 300.000 Gute Nummer Was ist eigentlich das unterste? Hm Okay, was kostest du? Drei Ist ja schon dann ein bisschen günstiger Gegenüber 13.000, ne? Oh Mann, oh Mann Okay Das ist super optimal Ich habe nicht drauf geachtet Ich bin doch leise Mist Mist Das war's für heute. Ja, es gut geht. Also hier ist ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich versache einfach. Aber nee, das ist gut so. Alles klar. Jetzt machen wir noch den. Jetzt machen wir den und setzen den da hin. Dann kann der da auch noch ein bisschen hinschießen. Dann, wenn ich die kreisweite noch ein bisschen erhöhe. Ja, stoppfe ich mir mal. Alles klar. Dazu noch das. Und dann noch so was. So. So, meine Damen und Herren. So wird gespielt. Okay. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3, 2, 1, Risiko 3, 2, 1, Risiko Was flinkt jetzt noch nicht so komisch, es ist jetzt Radio, äh, Radio, äh, Nukula. Nukula. Bedeu, deu, 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 deu. Ja, je mehr U-Boote, desto besser. Das ist ein altes Sprichwort. Je mehr, desto mehr, ist auch so ein Ding. Aber ne Frage mal so, was wird denn, äh, was wird, ne, jetzt muss ich überlegen, wie war das noch? Ich google das jetzt, das ist ne Frage für die Folge, passt auf. So, äh. Genau. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Können die mir das beantworten? Jetzt dann, ja. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Wir sind für heute durch. Eine kleine Runde, blooms, äh, sind wir schon durch. Ich mein, wir sind, wir, war, war, war fortschrittlich. Wir, wir haben 60.000 Erfahrungsprodukte dazubekommen. Das heißt, nur noch 26 Mal das Affen-U-Boot machen und dann sind wir fertig. Ich glaube, ich nehm gleich auch noch ne Folge auf. Ähm, ich weiß nur noch nicht ganz, wo. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo was, wo ich, leider nein, leider gar nicht. Ich könnte heimgesucht machen. Mal schauen. Aber dann sage ich erstmal bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.